In einer Theorie erster Ordnung, wie wir sie in der Festigkeitslehre betreiben, werden geometrische bzw. kinematische Zusammenhänge stets linearisiert. Das dahinterstehende Verfahren wollen wir beispielhaft nachvollziehen. Dazu betrachten wir nochmals den Lageplan unserer Lampenaufhängung. Es zeigt das System in seiner elastisch ausgelenkten Lage, wobei die ursprünglich unverformte Konfiguration noch sprichpunktiert angedeutet ist. Wir wollen uns zunächst mit der unverformten Konfiguration beschäftigen. Dazu heben wir das folgende rechtwinklige Dreieck hervor. Seine Katheten sind b bzw. h lang, die Länge der Hypotenuse ist zweifelsfrei l. Dank Pythagoras findet man leicht den Zusammenhang in Gleichung 1. Als nächstes wenden wir uns dem System in seiner verformten Konfiguration zu. Wir heben nun ein weiteres rechtwinkliges Dreieck hervor. Seine Katheten sind jetzt b bzw. h plus Δh lang und die Länge der Hypotenuse misst l plus Δl. Auch hier hilft uns Pythagoras, den Zusammenhang in Gleichung 2 herzustellen. Beide gewonnenen Gleichungen sind gültige Aussagen, die unsere Lampenaufhängung zutreffend beschreiben. Gleichung 2 können wir etwas ausführlicher darstellen, ohne Klammerausdrücke verwenden zu müssen. Wir richten unser Augenmerk auf die Gleichung 1. Bei näherer Betrachtung finden wir sie offensichtlich als einen Bestandteil der Gleichung 2 wieder. Das bedeutet, im Rahmen der Gleichung 2 erfüllt dieser Bestandteil sich gewissermaßen selbst. Demzufolge können wir ihn in Gleichung 2 auch herausnehmen und es genügt, die verbleibende Restgleichung weiter zu untersuchen. Wir konzentrieren uns nun ganz auf den linken Teil der Gleichung. Gemäß unserer Eingangsvoraussetzung für die Lampenaufhängung liegt der rot eingefärbte Faktor 2H etwa im Bereich von 2000 bis 20.000 mm. Die orange eingefärbten Faktoren dagegen liegen größenordnungsmäßig lediglich bei 1 bis 10 mm. Das Verhältnis vom linken Summanden zum rechten liegt also mindestens bei 2000 zu 1. Lassen wir für weitere Betrachtung den rechten Summanden schlichtweg, wird das Endergebnis um weniger als 1 Promille verzerrt. Da wir damit sehr gut leben können, streichen wir also den rechten Summanden. Etwas vornehmer spricht man in diesem Zusammenhang von Vernachlässigen eines Terms, der von zweiter oder höherer Ordnung klein ist, oder eben, noch kürzer, von Linearisieren. Mit der gleichen Argumentation bearbeiten wir die rechte Seite der Gleichung 2 und vernachlässigen dort den Term Delta L mal Delta L. Somit haben wir schließlich von der anfänglichen Form der Gleichung 2 ihre linearisierte Form gefunden.